Wir kommen zur Startnummer 3, damit 2. Platz 3 mal dabei gewesen. Das heißt also, er kommt nicht von irgendwo, sondern er kommt aus dieser Gasse. Das ist Heino mit dem Titel Lulalai. Wo am blauen Meer die grünen Palmen stehen, hab ich sie zum ersten Mal tanzen sehen. Silbern fiel der Mondschein auf den weißen Sand. Da gab sie mir ihre kleine Hand. Sie war so süß und sie ließ allein und tanzte den Kulacken zu Wacken bei. Und so begann für uns zwei der schönste Traum auf der Reihe. Sie war so süß und sie ließ nur allein und tanzte den Kulacken zu Wacken bei. Wenn ich sie wiederseh, wenn ich sie wieder, wiederseh, dann sind das mehr für uns keine ganz heiße Aloe. Musik Uua, 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 uua. Sei dich traurig, schöne Blume von Hawaii, denn ich bleib' dir immer treu, oh, Lulalei. Halt mir nicht den schönsten Blütenland bereit, denn zu dir ist mir kein Weg zu weit. Sie war so süß und sie ließ Uua, 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 uua. Sie war so süß und sie ließ Uua, 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 uua. Uua, ue, uua, 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 lalala, uua, uua, uua. 2. Platz, 3-mal dabei gewesen, Heino und die Lulalai. Heino kommt noch hier mit Blumen, von allen Seiten, da können wir gar nicht mehr zwischengehen. Es kommt auch noch die, kommen Sie aus dem Harz, mit der Hexe aus dem Harz, mit der Brockenhexe. Ist doch hervorragend überhaupt. Heino, hast du auch noch alles, jetzt haben wir gleich Ruhe. Heino nimmt Platz. Jetzt unterhalten wir uns ein bisschen wie immer nach einer gelungenen Premiere, zweimal dabei gewesen. Heino, ich bin sicher, dass die Frage dir oft gestellt worden ist, wie hat es bei dir einmal begonnen? Was war am Anfang deiner Karriere? Wie hast du angefangen zu singen? Ich habe angefangen in der Bäckerei zu singen, ich bin nämlich von Beruf Bäcker und dann habe ich mich mit einem Trio zusammengetan und dann habe ich in Osnabrück meine erste öffentliche Veranstaltung gemacht. Mit dem Trio. Wie hieß das Trio denn? Das waren damals die OK Singers, nannten wir uns. Die OK Singers. Eine Frage ganz schnell zwischendurch. Wie hießen die anderen beiden? Dieter und Dino. Dieter, die gibt es heute nicht mehr. Doch, die gibt es heute, das heißt heute das Renus Duo. Das Renus Duo, Dieter und Dino. Was machen die heute? Die machen Veranstaltungen. Heute sind die auch irgendwo. Nein, die sind bei einer Schauplattenfirma. Ja, nicht heute, die sind nicht irgendwo bei einer Schauplattenfirma, die sind irgendwo heute, sind die irgendwo. Du, ich habe, nimmst du auch mit Platz? Ich wollte einmal ganz kurz unseren Produktionschef Eberhard Klein bitten. Eberhard, du hast doch eine Überraschung für Heino. Heino, drehst du die einmal um? Genauso hatten wir uns das vorgestellt. Genauso dachten wir uns das. Heino kam vor der Sendung und sagte, Dieter, was fragst du? Was tust du? Was machst du? Hast du eine Drehorgel unterm Arm? Wer ist jetzt Dieter und wer ist Dino? Dino. Das ist Dino. Das ist Dieter. Sag mal, jetzt müsst ihr irgendwas zusammen spielen. Jetzt haben wir natürlich eine, wir haben etwas vorbereitet, selbstverständlich mit unserer Technik, haben wir vorhin in einem Nebenraum dieses Ding installiert. Hoffentlich klappt das. Unser Richard Ciano hat alles hier oben, ich möchte es nur zeigen, alles abgeklebt, weil er das hinten in einem Extraraum eingestellt hat. Mühselige Kleinarbeit. Ich weiß es eben, dass es andersrum muss. Ich bin noch nicht von gestern. So rum muss es. Ich wollte auch nur zeigen, wie der Richard gearbeitet hat. Das ist schön. Der Heino. Bist sprachlos, nicht? Das dachte ich mir. Ihr habt irgendwie jetzt die Gitarren da. Heino hat keine Gitarre, aber Heino kann singen dazu. Mikrofon brauchen wir. Heinos Mikrofon ist weg. Nein, da liegt es. Heino, da ist dein Mikrofon. Ihr habt sicherlich irgendeinen Titel, den ihr kennt von eurem früheren Kollegen. Von Heino, von eurem Freund Heino. Singt mal was zusammen. Irgendwas, was ihr möchtet. Ich lasse euch jetzt Zeit, ganz genau. Eine Minute und 16 Sekunden. Dann unterbreche ich. Die Uhr läuft, nicht? Eine Minute und 16 Sekunden. Sagt mir gleich einer Bescheid. Jetzt sind wir alleine, jetzt müssen wir beratschlagen. Also wir haben uns gedacht, wir singen ein Lied, das wir früher sehr oft zusammen gesungen haben. Und wir hoffen, dass es ohne Probe so ein kleines bisschen klappt. Es fängt vorne an. Meistens fängt es vorne an. Das wusste ich. Ihr wart immer schon groß. Ihr wart okay Singers. Das Lied fängt bei denen vorne an. Das war gar nicht so logisch, denn wir müssen in der Mitte so ein bisschen aufhören. Kinder, wir müssen nur Zeit sparen. Jetzt geht's los. Okay. So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. Kein Gruss, kein Schmerz, kein Kuss, kein Scherz. Alles lebt so weit, so weit. So schön, schön war die Zeit. Dort, wo die Blumen, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler glühen, dort war ich einmal zu Hause. Wo ich die Liebste, wo ich die Liebste, wo ich die Liebste fand, da ist mein Heimatland, wie lang bin ich noch allein. So schön, so schön, schön war die Zeit, so schön, schön war die Zeit. So schön, ich danke euch. Ich danke euch, dass der Zauber hat. Dann würde ich sagen, unterhaltet euch, spielt Skat in der Ecke, so schön, schön war die Zeit. Memories are made of this. Ernst Bader und Ralf Arnie schrieben diesen Titel, fanden die deutschen Worte dazu. So, meine Damen und Herren, Heino fand keine Worte. Das habe ich gemerkt, das haben Sie auch bemerkt. Wir haben uns gefreut, weil das so gut gelungen ist. War nämlich gar nicht leicht, die zu verstecken, die beiden, nicht? Im Bus sind reingefahren hinten und dann, Gottes Willen, Heino darf nichts sehen. Hat er auch nicht. Prima.